Guckt euch meine Skills an, meine SMG-Skills, trololololo, und meine M4-Skills sind auch nicht zu toffe. Ich habe einen Bandenkrieg provoziert. Ich bin der Provokant. Ich habe ihn produziert. Den Bandenkrieg habe ich voll produziert. So. Oh, da kommen die schon alle. Verdammt. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin gar nicht vorbereitet. Smog? Was hast CJ gerade über Smog gesagt? Smog ist doch ein Arschloch. Das weiß er doch schon. Komm mal schauen. Wo bleiben die denn? Die sollen mal ein bisschen chillen, Alter. Danke. Ich habe die erste Welle, also überstanden. Das ist sehr gut. Kann ich diese Mission noch aufheben? Ja, kann ich. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh, da kommen die nächsten. Dieses Viertel gehört aber jetzt sofort uns. Auf der Stelle. Oh, den Nacker. Kommen die alle. Alter. Was war das denn? Du hast die Seite überstanden. Kann ich... Schaffe ich es noch? Wenn ich jetzt sprinte... Schaffe ich es mir noch? Äh. Danke. Das ist... Nur für meine eigene Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird. Könnte ja sein, dass hier ist komplett... ...ein Kassierer hier. Komm schon. Was macht's, Sweet'a? Der begibt sich in ganz schönen Gefahr. In die Hoden geschossen. Irgendwie auch. Verdammt. Das kann ich mal. War's das? Ne, da hinten sind noch welche. Verdammt. So. Wenn man nimmt vor, kann ich auch AK-47 mit dem Modell zu sammeln. AK-47 verzeiht. Mhm. So, wenn man kriegt, dann zieht man, glaube ich, besser. Dieses Viertel gehört mir hier. Habt ihr gehört? Es gehört mir hier. Beat up? Komm raus. Okay, das Gebärmacht ist jetzt aufgelöst. Kein Beutung, doch, Mann. Check das Platz da oben. Wow, fuck, Leute. Steck mich ein bisschen sofort rein. Hey, over here. Come on, keep up. Ist das die Peanut? Aua. Wie gut treffen die Tens, die Peanut? Gut, einen habe ich zerstört. Ei, 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 die sind weit weg. Ah, ich kann nicht zielen. Hätte ich bloß einen, wie heißt das, ein, äh, Scharfschützengewehr. Ist ja ganz gut. Sniper, ne Sniper. Hey, come on, man, I thought we were banged. Sweet, da irgendwo, ganz vorne. Kann ich das Auto nicht einfach abknallen, das explodiert dann auch so? Geile Sache. Aber einer lebt immer noch. Ne, zwei. Wo ist denn jetzt? Ah, da ist der zweite, verdammt. In der Busch irgendwo. Da. Sehe ich ihn auch. In die Schulter geschossen. Jetzt können wir auch weitermachen mit dem nächsten. Der da noch irgendwo auf der Straße rumlungert. Und meint uns abknallen zu können, was ich aber... Sorry, Sweet. Aber du stellst dich immer ins Feuer. Ja, stell B-Dub zur Rede. Wird sofort gemacht. Aber ohne Wenn und Aber. Was ich denn? Was ich denn? Hey, hey. Na, ich habe keine Wahl. Ich war schütz. Ich bin schütz. Das kam von der Busch, homie. Was? Was ist das, motherfucker, Mann? Ich bin zufrieden, Mann? Ich bin zufrieden, Mann. Nein, Mann. Ich bin zufrieden, Mann. Bär! Hey, Bär! Get the fuck out here! What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot them! What the fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired of smoking. Bär, what the fuck you doing? I'm tired of pranking. Come on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. I'm free! Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere, you're going to enjoy it. Ah, schön. I got Bärs back, man. Alright, I'll see you in a minute, Bär. Where are we going, sweet? Some places we can get old Bär back. Alright, I'm down for that. Okay, Bär ist wieder dabei. Der Bär ist wieder auf den richtigen Weg zu. Ah. Und ich bin stolz auf ihn. Hey, don't sweat it. Machen wir erstmal weiter, sweet. Das Viertel geht gerade vor, ich muss hier irgendwie Prioritäten setzen. Und meine Priorität setze ich mal auf das Viertel. Wann es so, glaube ich, ist hier auch Zeit für eine Aufnahmepause? Ich habe hier schon ein paar Parts aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Na, was soll's. Da muss ich runter. Hier ist mein Ausstieg. Das überlebe ich doch, oder? Oh, ein Anruf. Ich klicke gerade auf dem Boden. Wer ist denn das? Oh mein Gott, Katalina. Oh mein Gott. Man weiß nicht, ob sie sich nur aus Versehen verwählt hat oder absichtlich. Aber ich glaube, es wird wirklich Zeit für eine Aufnahmepause. Deswegen speichere ich jetzt und verabschiede mich. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Immer schön weiterzocken und tschöne.